Was geht ab, ihr Schönen Menschen? Es ist mir Zeit für ein kleines Video. Heute mal wieder eins aus der Reihe 10 Facebook-Vollidioten und Verschwörungstheorien. Ich habe wieder richtige Härtefälle rausgesucht und ich weiß, dass ihr die feiern werdet. Ihr feiert die ganze Serie ja extremst. Ich freue mich so derbe über die ganzen Daumen nach oben, die ihr da teilweise gegeben habt. Ihr könnt jetzt schon mal einen da lassen. Ich weiß, dass diese Serie euch wieder absolut flaschen wird. Es wird am Ende sogar noch einen kleinen Bonus geben und dafür kann man ja schon mal eine Bewertung rausknüppeln. Ansonsten gibt es noch eine Sache, die ich kurz vorher ansprechen möchte. Es gibt so ein paar Personen, die mir PNs geschrieben haben wegen dieser Serie hier, die mich da mehr oder weniger bedrohen, die im Grunde mit ihren Anwälten klagen und so einen Schwachsinn, wo ich denke so, Alter, seid ihr behindert im Kopf? Fickt euch bitte einfach. Ein anderer hat ein paar Kommentare geschrieben von wegen, ja, warum ich diese Leute so runter mache und bla und dies und das und ich bin respektlos und bla. Alter, wir reden ja von Leuten, die ernsthaft glauben, dass unsere Politiker durch Reptiloide ersetzt worden sind und die aus der Unterwelt kommt oder dass die Erde flach ist. Was zum Fick ist los mit dir? Natürlich mache ich mich über die lustig. Verklag mich doch. So, kommen wir zum ersten Punkt. Ritueller Auftakt zum Drei-Weltkrieg. Naja, Punkt braucht man nicht, okay. Ein Prinz stirbt, eine Königin feiert Geburtstag. Prinz starb mit 57 und die Queen wurde 90. 90 minus 57 ist 33. Mit solchen Mathekenntnissen hättest du eigentlich auch bei der NASA anfangen können, Digga. Ähm, wobei, naja, nee, ist ja auch so ein böser Verein, ne? Alles gefälscht, Mondlandung und, ah, Chemtrails, ah, scheiße, da kann man nicht arbeiten, das ist blöd. Dann macht man lieber solche Posts im Internet. Es gibt 33 Freimaurer gerade. Jesus soll, als er hingerichtet wurde, 33 gewesen sein. Ah ja, okay, und die Römer, die ihn hingerichtet haben, waren demnach auch Freimaurer. Die haben nämlich gewartet, bis er 33 war und dann haben sie ihn hingerichtet, weil das passt dann wieder zu ihren Freimaurer gerade oder was. Und jetzt werden die Agara-Wasserfälle für Queen und Prinz lila. Ich glaube, es könnte vielleicht bald einen nächsten großen Schritt in Richtung 3 Weltkrieg geben. Weltkrieg gleich lila. Ah ja, okay, Weltkrieg ist lila, mhm, alles klar. Weil lila die Synthese ist aus Rot, Antithese Russland und Blau, These USA. Ah ja, 3 Weltkrieg, Synthese aus These USA und Antithese Russland. Blau, jetzt wiederholt das nochmal. Ich glaube, das ist so der letzte Klumpen Restvernunft irgendwo im hintersten Eck des Hirns, das sich versucht nochmal zu wehren. Deswegen muss er das immer wieder wiederholen, damit er sich selber überzeugen kann. Blau, USA, Rot, Russ gleich lila, WK3. Letzter Twitter-Eintrag von Prinz. Gerade als ihr dachtet, dass ihr sicher wärt. Das ist falsch geschrieben, da müsste ein zweites S noch hindern, dass das. Alter, wo soll ich denn da anfangen? Also erstmal, was ist denn, wenn man nicht 90 minus 57 rechnet, sondern 90 plus 57, dann kommt 147 raus. Ja und dann? Da kannst du dann auch wahrscheinlich irgendeine Theorie. 147 fängt mit einer 1 an, 2 mal 1, also 1 und 1 ist 11, ist ja 9-11. Ha, These bestätigt, 3. Weltkrieg. Halt deine Fresse! Jetzt kommen wir zu einer wunderbaren Sache. Top Kundenrezession. 5 Sterne erstmal. Ich bin total hin und weg. Die Wirkung ist absolut überzeugend, siehe Bilder. Wir haben die Akasha-Säule, die zudem noch eine echte Augenweite darstellt, gleich aufgestellt. Am nächsten Morgen waren die Kondensstreifen auf dem Bild über dem Fernseher verschwunden. Ich dachte erst, mein Mann hätte ein anderes Bild aufgehängt, aber er hat mir versichert, dass das dasselbe Bild ist. Die Streifen sind einfach wie durch Zauberhand gelöscht worden. Das war die Säule. Und die Streifen auf dem Bild sind gar keine Kondensstreifen gewesen, sondern diese gefährlichen Chemtrails. Als könntet ihr das irgendwie unterscheiden. Ihr habt keine Ahnung von gar nichts. Jeder von Chemie, noch Physik, noch von Meteorologie, noch von gar nichts. Ihr habt keine Ahnung, wie sich das Wetter in verschiedenen Höhenlagen ändert, warum Kondensstreifen manchmal zu sehen sind und manchmal nicht. Aber Hauptsache irgendeine Scheiße ins Internet schreiben. Das ist das Wichtigste. Hauptsache Serverplatz verschwenden. Dann wollte ich Frühstück machen, Kaffee auf den Tisch stellen und so weiter. Aber die Kondensmilch war plötzlich... Die Kondensmilch war plötzlich auch weg. Alles klar. Okay, das ist jetzt wirklich ein schöner Trollpost. Ich lese ihn trotzdem fertig, weil er glaube ich noch ein paar Sachen bereithält, wenn das schon mit der Kondensmilch so losgeht. Mitsamt Dose. Diese Zaubersäule eliminiert also nicht nur die Kondensstreifen von Flugzeugen, sondern alles, was Kondens ist. So geil. Wir hatten auch das Gefühl, dass die Atmosphäre um uns herum gereinigt war. Jedenfalls verläuft unsere Ehe seitdem wir die Akasha-Säule aufgestellt haben, viel besser und harmonischer. Wir wohnen ja in der Nähe des Flughafens, aber die Flieger haben jetzt alle keine Kondensstreifen mehr und die sind auch leiser. Ich habe auch beobachtet, dass sie jetzt einen großen Bogen um unser Haus fliegen. Auch unsere Alufolie in der Küche fühlt sich plötzlich anders auf dem Kopf an. Wir überlegen jetzt, ob wir nicht wieder normale Mützen tragen sollen, denn durch die Akasha-Säule brauchen wir die Aluhüte nicht mehr, sagt mein Mann. Wir haben auch den Eindruck, dass es in der Wohnung jetzt leicht nach Orgonen duftet. Das kann aber auch daran liegen, dass es zwischen Akasha-Säule und unserem Orgonen-Akkumulator zu Interferenzen kommt, die sich positiv auf das umgebene Ätherfeld auswirken, sagt mein Mann. Was der nicht alles sagt, ist ja ein richtiger Orgonit-Spezialist. Er will das aber noch mit seiner Wünschelroute untersuchen. Das Pendel hat bereits ausgeschlagen, aber wir wollen ganz sicher sein und das wissenschaftlich verifizieren. Das wissenschaftlich verifizieren mit einem Pendel bzw. einer Wünschelroute, das ist so der größte Troll für mich in diesem Post. Das ist richtig geil, auf richtig hohem Niveau getrollt, Level 100. Deshalb die Route, die bringt dann den Beweis. Manchmal stehen wir abends um die Akasha-Säule herum und fassen uns bei den Händen und sagen om. Dann hören wir ein leises Knistern und Klingeln in der Säule und merken, dass es wirkt. Die Intim-Piercings meines Mannes sind an die Säule gestoßen, dann kann es losgehen. Zusammen mit unserem Orgon-Akkumulator usw. Also Leute, ich werde mal diese Akasha-Säule in der Videobeschreibung verlinken, wenn ich sie finde. Könnt ihr euch dann ja mal anschauen und vielleicht hängen eure Intim-Piercings dann auch an der Säule und die Flugzeuge fliegen einen Bogen in euer Haus. Also das ist richtig geil. Das habe ich am Anfang gar nicht, das hat mir jemand zugeschickt. Ich habe es extra nicht gelesen, damit ich hier die Real-Reaction habe sozusagen. Und das ist auf jeden Fall ein Troll auf sehr hohem Niveau. Sehr, sehr geil. Das sollte es öfter geben. Michael schreibt. Das ist ein Illuminaten-Terror hier. Einfach unfassbar. Bitte stoppt auch endlich diesen verdammten Flugverkehr. Das muss endlich aufhören. Die fliegen hier nacht tief über unser Haus, scannen das Orgon-Feld, nerven ohne Ende ab, sprühen Gift über unsere Köpfe. Mann, wie ich diese Massenmörder verachte. Sie werden dafür büßen, sperr mich mit dem gesamten verdammten militärisch-industriellen Komplex in einen Raum. Oh, das könnte eng werden. Ich würde die entweder allesamt auffressen oder totknuddeln. Eins von beidem. Kommt doch endlich mal hierher und schaut mir in die Augen, statt ständig mit eurem verdammten Fluchzeugen, wirklich so geschrieben Fluch minus Zeugen, auf die feigste Art und Weise Gift über unsere Köpfe zu sprühen und mit dem nächtlichen Fluglärm abzunerven. Ihr verdammten Geisteskranken. Das ist ganz klar Projektion. Ihr verdammten Geisteskranken. Lasst uns Mann gegen Mann kämpfen. Ist das Drachenlord? Drachenlord, bist du es? Oder Farid Bang? Ihr seid allesamt solche Schlappschwinze und besitzt keine Ehre, Moral und Ethik. Einfach nur ganz, ganz arme, schwache Seelen, widerlich und ekelhaft. Pfui, Illuminati. Ja, Michael, du hast es raus, auf jeden Fall. Spinnehalter. Ohne Fernsehen würden die Illuminate niemals die Weltherrschaft erlangen. Es gibt Symbole im Fernsehapparat, die hypnotisieren. Ihr könnt mit jedem Hypnotisor reden. Es sei denn, er ist auch ein Illuminat. Dann wird er natürlich was Falsches sagen, ohne euch zu verwirren. Oder vielleicht ist er auch ein Illuminat von der CIA. Man weiß das nicht. Ihr könnt mit jedem Hypnotisor reden und der kann euch bestätigen. Zitat von Ex-Illuminat John Todd. Ja, klar. Unter anderem sagt er, dass JFK aus drei Gründen erschossen wurde. Als ob einer nicht ausreicht. Er nehm, er braucht drei. Dann kann man hinterher, wenn man gefasst wird, sagen, also ich hab ihn erschossen. Erstens, weil, zweitens, weil und drittens, weil JFK aus drei Gründen erschossen wurde. Und einer davon war, er wollte den Vietnamkrieg beenden. Sagst du uns die anderen Gründe auch noch, oder ist das unwichtig in deinem Post? Ja, anscheinend schon. Dieser Krieg war nötig, um Buddhisten auszuradieren, die in keinster Weise je zu einer Einweltreligion konvertieren werden. Okay. Das Ding ist, der Vietnamkrieg wurde ja trotzdem nicht verhindert. Ja, du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, weil JFK erschossen wurde. Er wurde aber dennoch nicht verhindert. Und zweitens, hatte der Vietnamkrieg mit den Buddhisten mal so absolut überhaupt nichts zu tun. Der hat sich einzig und allein gegen den Kommunismus gerichtet. Und Amerika hat diesen Krieg ja auch verloren, nachweislich. Gab es jetzt eine Einweltreligion? Nein. Also ist ein gottverdammtes Argument, das du 2016 ins Internet schreibst und damit dich auf Sachen beziehst, die in den 60er und 70er Jahren passiert sind, völlig hinfällig. Weil es seit 40 Jahren bekannt ist, dass es nicht so ist. Ja, also sonst wäre es ja jetzt so. Du Idiot. Aber schreib einfach aus dem Internet, hauptsache, dass er die Luft scheppert. Das ist das Wichtigste. Ja, alles klar. So, Peter. Ist doch klar, bei dieser Flüchtlingsflut wird das Gleichgewicht der Erde zerstört. Was früher gleichmäßig auf der Erde verteilt gelebt hat, rennt jetzt zu Millionen nach Europa. Und dieses plötzlich auftretende zusätzliche Gewicht. Was zum Fick. Drückt nur noch an einen Punkt Europa auf die Erdkruste. Klar, dass es irgendwann schief geht. Punkt, 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 Punkt. Dieser Mensch. Ne, komm, ich fang anders an. Hier sieht man ganz eindeutig, wie unfähig und schlecht allgemein gebildet diese Menschen sind. Der glaubt tatsächlich, dass wenn Millionen Menschen an einen Punkt der Erde gehen, dass das das Gleichgewicht der Erde oder die Erdrotation oder die Erdachse sozusagen oder die Krümmung. Dass das in irgendeiner Form etwas daran ändert. Wenn man sich mal vorstellt, dass Millionen Menschen, also ich glaube, um die 500 Millionen Menschen leben, glaube ich, in Europa. Und jetzt kommen Millionen, sagen wir mal, kommen 10 Millionen dazu. Oder 50 Millionen, ja, was wären 10 Prozent. Und die sich auch auf Europa verteilen. Und der glaubt tatsächlich, dass das irgendeinen Einfluss auf die Erdkruste hat. Selbst wenn die alle in einer Stadt wären, ja. Was zum Fick. Ich meine, schaut euch mal New York an, als Ballungsraum. Ich glaube, 18 Millionen Menschen leben da. Als ob das irgendein, dieser Mensch ist unfähig, irgendwelche Relationen zu ziehen. Oder unfähig, irgendwie nur die geringsten geologischen oder physikalischen Grundbegriffe oder Grundverständnisse. Jedem normalen Mensch muss doch klar sein, dass es völlig uninteressant ist, ja. Ob da jetzt Millionen Menschen an einer Stelle leben. Was ist denn mit Peking? Was ist denn mit Mexico City? Da leben zig Millionen Menschen auf einer engen Fläche, ja. Und es passiert einfach gar nichts. Wie kann man so dumm sein und glauben, dass so ein paar Flüchtlinge, die da kommen, ja. Oder gut, es sind halt auch ein paar mehr. Aber wenn die sich in Europa verteilen, dass das irgendeinen geologischen Effekt hätte, ist der Mensch... Und ich glaube, das hier ist auf keinen Fall ein Troll. Das ist ein älterer Mensch, der von nichts in Ahnung hat. Hauptsache irgendeine Scheiße ins Internet schreiben. Warum ich das sage? Ganz einfach, er schreibt das mit Schaf-S. Hat die neue Rechtschreibreform einfach nicht übernommen. Ich habe gelernt, das schreibt man mit Schaf-S, ist mir egal, was jetzt neu ist, ja. Ähm, vollkommen dumm, dieser Kerl. Das ist eigentlich nicht mal Wahn oder irgendwas, das ist einfach völlige Dummheit. Anders kann man das nicht beschreiben. Ich glaube, ich mache mal ein Video über sowas, oder? Soll ich mal ein Video machen, wie überhaupt solche Wahn-Geschichten zustande kommen? Also jetzt nicht Wahn im klassischen Sinne, das habe ich ja schon mal beschrieben in einem Video bei Kerkleid auf, sondern vielmehr, ähm, solche Verschwörungstheorien, wie die aufgebaut sind. Wenn ich das machen soll, schreibt das gerne mal in die Kommentare oder lasst einen Daumen nach oben da, dann kann ich das sehen, ob ihr da Interesse habt. So, zum nächsten Punkt, ähm, während der Atomschlachten durch unsere Weltmächte. Was zum Fick, was für Atomschlachten? Es gibt keine Atomschlachten. Eine Atomschlacht würde bedeuten, dass eine Nation auf eine andere eine Atombombe wirft und die mit einer Atombombe zurückschießen. Ist in der Geschichte der Menschheit nie passiert. Es gab zwei Atombombenabwürfe auf Japan, Hiroshima und Nagasaki und verschiedene Atombombentests auf irgendwelchen unbewohnten Atollen. Ansonsten interessiert das keine Sau, was für Atomschlachten. Durch unsere Weltmächte werden Lebewesen aus höheren Dimensionen in Mitleidenschaft gezogen und greifen uns deshalb drei Tage lang an. Okay, irgendwelche Wesen aus einer höheren Dimension greifen uns an, wegen nicht stattgefundenen Atomschlachten auf der Welt. Drei Tage lang, komisch, dass wir das nicht mitbekommen haben. Immer wenn Lebewesen aus höheren Dimensionen andere Lebewesen aus niederen Dimensionen angreifen, kehren auch die entsprechenden Giftstoffe und so weiter nach den Angriffen in die jeweils höhere Dimension zurück. Puh, da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Das bedeutet, wenn jetzt Wesen aus einer höheren Dimension sagen, jo, ihr da unten in eurer Billigdimension, wir ficken euch jetzt, wir schießen euch eine Atombombe auf den Arsch, dann stört uns das ja gar nicht, weil nach drei Tagen sind die Gifte ja wieder weg. Das ist ja gar nicht so schlimm. Komisch, dass wir als niedrigere Dimension ja Waffen haben, die dann theoretisch die trotzdem in Mitleidenschaft ziehen. Das macht doch gar keinen Sinn. Wie kann man sich in seinem eigenen Post, der nur ein paar Zeilen lang ist, so inhaltlich komplett widersprechen und so demonstrieren, wie unfähig zu denken man eigentlich ist? Der nächste, soviel ich weiß, wird unter anderem die Erde wieder senkrecht gebracht, da die Erdneigung von 23,5 Grad durch die Anunnaki verursacht wurde, um die Sintflut auszulösen. Was zum Fick? Da glaubt jemand, dass wirklich die Erdneigung, also der Neigungswinkel der Erde, durch eine bestimmte Gruppe verursacht worden ist. Alter, wir können nicht mal bemannt zum Mars fliegen, aber unsere eigene Erde, die Achse drehen und wenden, wie wir gerade Bock haben oder was? Ah, das Wetter ist nicht so schön, drehen wir mal die Erdachse ein bisschen, ne? Alter, bist du behindert im Kopf? Ob du behindert bist, habe ich gefragt. Und da wir ursprünglich Wasserreserven als Eis an den Polen hatten, die durch das Kippen zum Schmelzen gebracht wurden und so die Sintflut ausgelöst wurde, wir stehen eigentlich also immer noch unter der Sintflut, ja, alles klar. Das Wasser konnte ja nicht einfach so vollständig verschwinden. Warum haben uns da nicht irgendwelche Wesen aus höheren Dimensionen gerettet, das frage ich mich jetzt gerade mal. Das Wasser konnte ja nicht einfach so vollständig verschwinden. Außerdem wird die Schumann-Frequenz erhöht. Ich glaube, demnächst wird erst ein Gesetz, das NESARA genannt wird, weltweit akzeptiert und in Kraft getreten. Ähm, bevor das neue Finanzsystem eingeführt wird und eine neue Regierungsform, das NESARA genannt wird, Vorsicht, aber vor vielen Fake-Websites darüber, gehen weit von der CIA, ja gut, die böse CIA ist auch mal wieder mit am Start, klar. Gibt es also irgendeinen, also ich fasse das mal zusammen, irgendeine Gruppe hat die Erdneigung verändert, um eine Sintflut auszulösen, die unter der leiden wir im Grunde immer noch, weil sonst wäre irgendwie mehr Eis an den Polen. Ähm, dann wird es irgendein Gesetz geben, das weltweit akzeptiert wird, dann wird irgendeine ominöse Schumann-Frequenz erhöht und dann ein Gesetz verabschiedet, das weltweit akzeptiert wird. Bla bla bla, neues Finanzsystem, böses CIA, Aluhut steht kurz vor der Vaporisierung, alles klar. Ich hatte mal aus therapeutischen Gründen, Alter, wenn ich sowas schon lese, ein Röhrchen Camo Miller C200 in der Hosentasche. Ja, jetzt ist es mal lieber irgendwie benutzt und nicht nur in deine versiffte Hosentasche gesteckt. Nach einiger Zeit wurde mir so schlecht, dass ich es heraustun musste. Danach ging es mir sofort wieder gut. Wirkt also auch aus der Nähe. Auch der Name allein ausgesprochen oder auf einem Zettel angehalten wirkt. Das nennt man Placebo-Effekt, du Vollidiot. Also ich meine, Placebo-Effekt ist doch wirklich was, was bei der Allgemeinbildung vorhanden sein sollte. Also wenn man eine gute Allgemeinbildung hat oder eine normale, dann weiß man, was der Placebo-Effekt ist. Und kann sich dann erklären, warum bestimmte Dinge sich auf sein eigenes Wohlbefinden auswirken und warum nicht. Aber solche Leute, die nicht mal davon Ahnung haben, die glauben tatsächlich, dass wenn sie irgendwas auf den Zettel schreiben, dass das magische Wirkungen hat. Wie dieser andere Typ, den ich ja schon mal in der früheren Folge hatte, der irgendwelche Codes schreibt. Oder diese Leute, die glauben, dass wenn sie sich eine Kaktee ins Zimmer stellen, dass es irgendwelche bösen Energien spaltet. Das ist einfach Placebo-Effekt. Und das begreifen diese Menschen nicht, weil sie nicht mal die Grundlagen der Allgemeinbildung beherrschen. Prince ist tot. Alter, das scheint diese Aluhut-Fraktion wirklich zu beunruhigen, wenn so Prominente sterben. Aber genau das ist wirklich auch bei Warnpatienten der Fall. Ich hatte ja auch mal so einen Patienten, der sich sehr auf solche Ereignisse immer mega gehypt hat. Und der wirklich extrem bei sowas abgegangen ist, wenn irgendwelche Prominenten irgendwie verstorben sind. Ich glaube, das trifft die ernsthaft, weil die wirklich glauben, dass das in ihrem Warnsystem dann eine große Rolle spielt. Und sie natürlich dann im Endeffekt auch beeinflusst. Das ist echt bitter für die Leute, glaube ich. Also, Prince ist tot. Einige mutmaßen, ob ihm seine offenen Aussagen gegen die NWO-Agenda der Depopulation durch Geoengineering zum Verhängnis geworden sei. Okay, also die Depopulation erkläre ich mir mal so, dass da irgendwie massenhaft Menschen ermordet werden sollen. Zum Beispiel eben durch Chemtrails und so einen Scheiß. Das heißt, ich würde ja eher auf einen Blutopfer während der aktuellen satanischen Feiertage der Eliten tippen. Alles klar. Da gibt es also satanische Eliten, die satanische Feiertage feiern und Blutopfer erbringen wollen. Und was machen sie? Sie töten eine prominente Person. Ist ja nicht so, dass Leute wie Prince oder Michael Jackson einfach nur ein bisschen zu hart auf dem Schmerzmitteltrain rumgedonnert sind. Und dachten, ah ja komm, einer geht noch. Und dann leider halt nicht mehr aufgewacht sind, weil sie sich halt so vollgekokst haben. Und dann noch ein paar Schmerzmittel obendrauf. Warum nicht? Okay, das hat natürlich nichts damit zu tun. Es ist eher wahrscheinlich, dass die satanischen Eliten während ihrer Feiertage ein Blutopfer opfern wollten. Sehe ich auch so. Natürlich. Logischste Erklärung EU. So, kommen wir mal zum Peter. Der schreibt eine Nachricht an Xavier Naidoo. Hallo Xavier. Zum Glück gibt es noch Leute wie du, müsste eigentlich heißen wie dich, die die Wahrheit sagen. Oder genauso verrückt sind wie ich. Ähm, obwohl es so gefährlich ist. Gefährlich nicht mit E, sondern mit Ä. Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Hast du gehört? Nun ist auch Prince tot. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Alter, das schockt die wirklich, wenn so Prominente sterben. Und das passt ihnen natürlich dann perfekt in ihren Wahn. Wenn prominente Menschen sterben, dann ist es für diese Leute wirklich so, der Beweis für irgendwas. Weil die immer der Meinung sind, so ja, so Prominente, denen kann nichts passieren, wenn da einer stirbt. Warum auch immer, ja. Ob der jetzt einfach, keine Ahnung, sich eine Überdosis Schmerzmittel ballert. Oder vergisst beim Bungee Jumping das Seil, um sein Bein zu schlingen. Die wurden immer ermordet. Die wurden immer ermordet. Und natürlich von den Leuten, gegen die sie in ihrem Wahn natürlich was haben. Äh, genau wie Michael Jackson wurde er getötet. Ja, natürlich. Nachdem er die Wahrheit gesagt hat. Alles klar. Äh, zum Glück hat die NWO-Neue-Weltordnung in Deutschland nicht so lange, äh, Ärme. Das müsste Arme heißen. Wie in Amerika. Sonst hätte ich um dich auch Angst. Weil die Satelliten kreisen auch über Europa. Ja, müssen sie, sonst hätten wir ja kein Fernsehen. Aber egal. Und du könntest Prince überhaupt nicht sehen, du Idiot. Aber hier gibt es noch Gesetze, die anders sind, als die USA sie uns aufzwingen will. Zum Beispiel TTIP. Ja, okay, der hatte mal recht. TTIP ist echt Abfuck. Sollte, ja, sollte man nicht unterstützen. Äh, sondern eher dagegen demonstrieren. Und es gibt hier auch noch keine Reaper-Drohnen. Re-Padrohnen. Äh, Junge, bist du eigentlich dumm im Kopf? Ich glaube, das kommt raus, wenn man LSD nimmt und Call of Duty gleichzeitig spielt. Das sollte man nicht machen. Hier haben sie noch nicht so viel Macht. Mach weiter so. Ich bin froh, dass es dich gibt. Wir werden die NWO-Neue-Weltordnung, bla bla bla. Auf YouTube sind alle Infos gegen YouTube. Okay, auf YouTube sind alle Infos gegen YouTube. Aha. Dann haben die keine Macht mehr. Alles klar. Thomas antwortet. Ah, heute hat Irrenhaus wieder Wandertag. Ja, oder Computerstunde. Man weiß es nicht genau. So, das ist das Ende des Videos. Jetzt kommt ihr noch zu eurem Bonus. Wenn ihr noch keinen Daumen nach oben gegeben habt, könnt ihr das spätestens jetzt machen. Denn jetzt haltet euch fest. Jetzt kommt Uta. Uta schreibt. Ich habe mich gerade gefragt, ob es schädlich ist, wenn ein Laptop Atomkerne drin verbaut hat. Meine hat fünf Atomkerne. Das hat mir der Verkäufer aber nicht gesagt. Jonas grinst. Uta. Was gibt es da jetzt so blöd zu lachen? Wenn das schädlich ist, verklage ich die, weil er mich nicht darauf hingewiesen hat. Der Vater von meinem Ex ist Anwalt. Wow. Einen eigenen können sie sich nicht leisten, aber dann noch den Vater vom Ex irgendwie belästigen. Jonas. Aufgrund deines Geschriebenen tippe ich, dass dein Laptop einen Atom-X5 hat. So heißt die Prozessorenreihe. Da ist nichts Schädliches drin. Kannst mir glauben. Übrigens hat er vier Kerne und keine fünf. Uta. Ist mir doch egal, wie viele Kerne der hat. Bist du sicher, dass die nicht schädlich sind? Hast du überhaupt Ahnung davon? Jonas. Ich studiere ja nur Informatik und habe sonst keine anderen Hobbys. Also denke ich schon. Uta. Sonst ist auch jemand, der mehr Ahnung hat. Jonas. Hallo. Dann kommt Thomas. Ganz klar. Da ist die Energiewende schuld. Man will ja immer mehr Atomkraftwerke abschalten. Jetzt steckt man die Brennstäbe in die Laptops rein. Deswegen werden die unter Last ja auch so heiß. Uta. Meiner ist lauwarm. Soll ich den dann nicht mehr belasten? Oder gibt es noch Laptops mit ohne Brennstäbe? Mit ohne Brennstäbe. Alter. Dann will ich mein Geld zurück. Thomas. Thomas ist echt ein wirklich sehr guter Troll. In Alufolie einwickeln und versuchen umzutauschen. Das Problem ist bekannt. Uta. Danke. Sorry Jonas. Aber der scheint weitaus mehr Ahnung zu haben als du. Ja. Weil er etwas schreibt, was ihren Wahn hofiert. Und ihre Dummheit übrigens auch. Jonas. In diesem Fall gebe ich mich gerne geschlagen. Alter. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Stellt euch mal bitte die Uta vor. So eine etwas dickliche, etwa 45-jährige Hausfrau, die sonst nichts zu tun hat, außer auf Facebook irgendwelche Aluhutscheiße zu posten. Die mit einem in Alufolie eingewickelten Laptop zum Mediamarkt rennt und den umtauschen will, weil Atomkerne und Brennstäbe in ihrem Laptop sind. Damit sind wir am Ende des Videos. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr Lust habt, dann schaut gerne bei Instagram und Facebook vorbei. Zumindest auf Instagram kommen täglich Posts von Sachen, die man sich auf jeden Fall gönnen kann. Sehenswerte Sachen aus der Welt des Internets und so weiter und so fort, damit ihr nicht endet wie Uta. Das war's. Dankeschön. Wir sehen uns. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.